Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Goet bietet Ihnen ein reichhaltiges Sortiment an frischen in- und ausländischen Weichkäsen an. Einige davon, wenn wir Ihnen heute zeigen. Herr Hofmann, Sie kennen sich bei den Weichkäsen besonders gut aus. Wie unterscheidet man alle diese vielen Sorten? Es gibt tatsächlich hunderte Weichkäse, die man in vier Gruppen einteilen kann. In Rot-Schmierenkäse, in Blauschimmelkäse, in Frischkäse und vor allem in Weissschimmelkäse. Weissschimmelkäse, was gibt es jetzt für Sorten? Dazu gehört zum Beispiel der Camembert, der Brie oder die Tom Wodauise. Und wie ist das mit dieser weissen Schimmelrinde? Kann man die essen, oder? Auf jeden Fall. Der Schimmel reift in diesen speziellen Reifekeller und ist sehr schmackhaft. Was sind das für Kässorten? Das sind jetzt die Rot-Schmierenkäse. Man kennt sie schon am herben Geruch. Die Rinden von diesem Käse muss man allerdings vor dem Servieren sauber abschaben. Das ist dann besser. Und das, Herr Hofmann, das sind jetzt die blauen Schimmelkäse? Richtig. Beim Coop kommen sie den Gorgonzola über, den Castello, den berühmten Roquefort und weitere Sorten. Und jetzt zu weiteren aktuellen Informationen. Mehr Freude an Fenster und Balkon. So heisst der neue Ratgeber, der jetzt in den Coop Blumenabteilungen erhältlich ist. Das handliche Bücher informiert ausführlich über alles, was man wissen muss über das Bepflanzen und das Verschönern von Fensterbrett und Balkon rund ums Jahr. Gemütlich entspannen können Sie sich in der Freizeit auf dem Liegebett Campina. Es hat eine dicke Polsterauflage, ein verstellbarer Kopfteil und ein standfestes Dreibäigestell. Das Liegebett Campina kommen Sie jetzt bei Coop zu besonders günstigen Preisen über. So, Coop bemüht sich ja laufend neue, attraktive Einkaufsmöglichkeiten zu bieten. Morgen zum Beispiel wird in Natters im Oberwallis ein neues Coop-Center eröffnet. Und im Baden kann man seit heute ebenfalls in einem neuen, grossen Coop-Center einkaufen. So, und jetzt schalten wir um zum Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend miteinander. Was meinen Sie zu Spaghetti an einer pikanten Gorgonzola-Sauce? Ich zeige Ihnen, wie es geht. Eine gehackte Zeebele und ein Knoblauch, den wir mit Salz verbrückt haben, die wir im Olivenöl dünsten. Dann geben wir Rahm dazu und lassen das ein bisschen einkochen, bis das Söschen dickig ist. Jetzt kommt der Gorgonzola rein, den wir in Würfel geschnitten haben. Wir würzen mit ein bisschen Pfeffer und rühren, bis der Käse verlaufen ist. In der Zwischenzeit haben wir in viel Salzwasser die Spaghetti al dente gekocht. Wir haben sie in eine vorgewärmte Platte angerichtet und die Soße drüber gegossen. Jetzt dekorieren wir sie mit ein paar Nusskernen. Wir servieren die Spaghetti an der Gorgonzola-Sauce mit einem Saisonsalat. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Einen guten. Auf Wiedersehen miteinander und noch einen schönen Abend. Und achten Sie jetzt noch auf die Aktionen, wie jeden Mittwoch. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. Das komfortable Liegebet Campina mit verstellbarem Kopfteil und weicher Polsterauflage offeriert Ihnen Coop für nur 39 Franken. Bis am nächsten Dienststück gibt es bei Coop Pompchips Zweifel, Natür oder Paprika statt 4,70 nur 3,50. Eine Flasche Sinalco statt 1,45 nur 1,10. Eine Schwarzwälder Roulade statt 4,20 nur 3,30. Einen Frischback Butterzopf zum selber fertigbachen statt 2,70 nur 2,20. Zweimal 80 Gramm Gerber Gala statt 3,20 nur 2,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Öpfel Granny Smith in den Tragtaschen an 2,5 Kilo, per Kilo nur 2,60. Oder auf Schale per Kilo nur 2,70. Auf Wiedersehen.